Ich muss es einfach nur aus dem Reaktor wieder rausschmeißen. Das ist bestimmt richtig nötig, so ne? Ja, okay, erst offline. Jetzt warte ich nur noch auf dich. Ja, ja, bei mir bret... Und ich werde alt, ey. Weißt du das? Ja, ich werde schon von kleinen Ausländern auf 22 geschützt. Richtig alt. Das Schlimme ist, diese scheiß Crystals. Diese verkackten Drogen-Dinger da unten, ne? Die wollen einfach nicht wachsen. Wie viel Prozent? Ja, erst 4 Prozent. Wir brauchen 100. Ach, Quatsch. Das braucht einfach nur Arschlange. Weiß gar nicht, wie man die Produktion erhöhen kann. Wo bist du? Ich habe Weibrandkatastrophe. Ja, gib, 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 gib. Tu es dann Reaktor anschließen, dann Power-Tab. Ja, wo ist denn der Power-Tab? Links. Hup, hängt dran. Wie viel produziert ihr denn? Das sehen wir jetzt gleich. Fünf. Fünftausend. Fünfeinhalb. Wenig, ne? Ist aber okay, fünfeinhalbtausend ist dafür okay. Können wir so lassen. Damit können wir jetzt hier fast den ganzen Laden hier speisen. War auch nur fast, ne? Ja. Okay, das ist schon mal gut. Trotzdem dabei, wir bleiben bei unserer Bio-Energie. Ja, aber das ist jetzt hier nur, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Energie speichern können. Ja. Du kannst keine 5000 Plus jetzt gerade machen. Ich wüsste auch nicht mal, woher. Äh, ja, Reaktor. Ja, das ist ja gerade die komplette Energie von der Biere, die Curry. Ja. Die Curry, die muss bio bleiben. Ja, auch 2600 raus. Warum habe ich zwei Ranches eigentlich? Oder zwei Crescent Hammer? Weil du zwei hast. Warum habe ich zwei? Hast du keinen? Auch keinen, ich arbeite hier nicht mit dem Spiel. Aber da. Aber, hau, 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 hau. Hau, hau. Ich arbeite ja nicht mit Maschinen. Okay. Ach ja, du hast ja. Blatt, 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 Blatt. Was habe ich denn hier noch drin? Achso, Blaze. Blaze könnte man auch im Autospaar machen, aber dafür haben wir nicht ernsthaft. Oder? Guck mal, was voll ist. Die Finsterscheibe. Ernsthaft, die Finsterscheibe ist voll? Mhm. Fuck, Lege. Mhm. Fuck, der Cheat. Ja gut, der verbrucht oben momentan nicht. So, wie viel Strom mit? Alter, nicht ernsthaft, oder? Die Bank hat elf Millionen, stopp. Lol. Okay, dann hole ich die zweite her. Dann soll ich die kleine auffüllen. Hier, dann mach die kleine voll. Ich hätte ja nicht gerade dieses Siegel der Phantombrücke hätte, ne? Was hättest du dann? Ja, dann hätte ich halt die Blöcke unter den Füßen. So einfach, um hier unten zu bauen. Äh, was? Hast du das nicht? Du hast da diese komische Brücke, oder nicht? Ja, aber ich habe ja kein Blut. Ach ja. Ich brauche ein, ein kleines Stromkabel. Das habe ich da, glaube ich, noch irgendwo rumfliegen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ich will haben. Hab ich das nicht hingeschmissen. Daumen. Ich bin selbst geopfert. Wo ist das Siegel hin? Ich muss mir hoffen, dass das gleich passt. Dann können wir beide Banken gleichzeitig aufnehmen. Ja, okay, die eine Bank ist gleich voll. So. Nein, das ist Insert. Insert. Extract. Okay, er teilt den Strom auf jeden Fall auf. Dann ist sie... Alter, die hat jetzt schon 18,5 Millionen, ne? Was sollen wir damit machen? Und ich kann den Reaktor gleich schon wieder runterfahren. Ja. Ich kann den Speicher jetzt noch füllen. 380 Prozent, das ist noch... Das ist viel zu wenig, 380 Prozent. Können wir noch erhöhen. 5 Milliarden. Ja gut, wir könnten oben da mit deinem Village haben, wenn du da machen... Da können wir an der Kapitänse für Banken hinstellen. Ja. Oder wir machen massenweise Enderperls jetzt noch, aber warum? Weiß ich nicht. Obwohl wir keinen Enderperl-Generator bauen. Das stimmt. Ah, hier. Wie heißt das Ding? Q... QED? Ja, QED. QED. So ist das Ding. Okay. Ah. Enderinfused. Obwohl, Enderinfused können wir bauen. Ja. Ja, gut. Okay, Obsidian und... Okay, ich fange... Ich baue das QED mal eben. Weil die Kiste war eben voll von den Monstern, ne? Sehr gut. Das kann ich doch bauen hier. Ich habe da auch massenweise Werkbänke, da kann ich alles zwischenlagern. So, wir brauchen... Wir brauchen die Dinger, okay. Dann machen wir 64 Stück. Brauchen wir bestimmt noch öfters. Zack. Machen wir jetzt hier einen Stack. Soll auch keiner rummeckern. Jetzt brauchen wir so ein... So ein Diamond-Ding. Ich brauche... Okay, wir brauchen Quarzblöcke. Vier Stück. Das ist auch okay. Eins, zwei, drei, vier. Du hast kein Geld und wir haben genug Geld auf der K-P-T-Silfer-Bank. K-P-Silfer-Bank. Schubgriff voll ist, wenn ich jetzt hingehe. Centus-Blank hat... Oh, ne, weißt du, was wir damit machen können? Wir wollen den Strom an die QED verschleudern. Ich kann den Reaktor erstmal runterfahren. Ich hole mal eben den Tetherweck. Wie? Very. Haben wir doch Shiny-Metal? Bitte. Okay, wir haben kein Shiny-Metal. Ähm, müssen... Ich brauche die Item-Kabel. Hm, Shiny-Metal. Ich bin Shiny und Metal und Heavy. Ja. Dann muss ich kurz hinten die Kirby einmal ausmachen, ne? Weil dann würde ich die Kisten hinten hinter, wo jetzt der Direktor ist, hinsetzen und dann einfach... Tja... Willst du dir, Kirby, ernsthaft, 5500 EU... Ähm... Ne, ich will die einfach mal 30.000 geben. Wie viel kann die... Wie viel kann die Vibration? Die kann einfach... Ja, ich spuck der... 25k, glaube ich, oder? Ja, 25k. Also können wir der Kirby jetzt einfach mal 30k in Rachen reinschieben. Ich will das auch sehen. Äh... Die Kabel, explodieren die? Ich will nicht hoffen. Okay, jetzt müssen wir nur zu Kirby schnell kommen. Komm, wir gehen schnell zu Kirby. Warte, ich muss eben mein Siegel rausholen, so. Ich weiß nicht, warum die Dinger wegfahren, aber... Lauf, kleiner Paterwan, lauf! Einmal unser Weg! Unser Wegs! Guck mal, wie die schnell jetzt abgeht. Ja, du kannst... Hä? Fertig. Wie fertig? Ja, jetzt. Die ist doch nicht fertig. Ja, aber die 30k ist jetzt die instant fertig wahrscheinlich. Nein. Ja, leck dich doch mal durch die Gegend. Was? Wahrscheinlich. Was ist? Was ist? Okay, ich muss das sehen. Ich muss das noch vorher sehen können. Ich muss definitiv ein Port stellen. Ach ja, der Server ist einmal runtergefahren, deswegen wäre der Port auch nicht mehr da. Oh mein fucking Gott. Schnell... Schnell, kleiner Junge, Steve. Wir müssen unsere Machenschaften und Strom beobachten. Ach, hallo. Ich komme jetzt angegeben. Willst du nicht sehen? Ja, wahrscheinlich, habe ich gesagt. Reicht doch. Wie tief ist die ungefähr? Aber die hat noch zu tun, ne? Binden wir es heraus. 33. Okay, dann hat sie noch ein bisschen Zeit. Okay, in der Zeit können wir was anderes machen. Warte, wie viel Strom hat sie noch? Äh, okay, die eine 25er... Okay, der macht jetzt momentan die 5 Millionen mit minus 633 leer. Die 25er Million hat er noch nicht angerührt. Okay. Okay.